Max, kennst du das Experiment, das Kinder in der Schule machen, bei dem man Elektronen in eine kleine Kartoffel steckt, um zu sehen, wie viel Spannung sie hat? Oh ja, 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 klar. Ich hab mit meiner Kartoffel da schon lange nachts im Bett gelesen. Bis ich die Kartoffel vergessen hab, sie zu schimmeln anfingen. Und es war, wenn man so gestrungen hat, als wäre mein Hamster Jimmy gestrungen. What was that? What the hell did you do? He was a rat. Jimmy wasn't a rat. First of all, don't mention his name, that's what we said, okay? Don't mention his name. Yeah, tell yourself whatever you have to. I'm not telling myself, you were there. You have eyes and ears. Twenty years, you know a guy, you fucking whack him out, just like that? That's beautiful. He made one too many mistakes. Rook! All-in-one-Lieferung für Luise Stark. Sehr gut, dann können Sie Ihrem Oberboss ja gleich mal sagen, wie Sie ausgebeutet werden. Sie sind der Oberboss? Oh Gott, Sie sind der große Anführer. Ja, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Natalia Kubergritz. Ich bin geboren am 01.03.87 in Moskau in Russland. Bin aber hier in Berlin aufgewachsen, wo ich auch jetzt immer noch lebe. Du bist schon. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.